hallo meine lieben freunde des gepflegten er lässt also willkommen hier zurück auf der baltik tier mit dem lieben florian und dem lieben sebastian 2% nicht aufregend aber wo habe ich den Aufschrift ach da hinten sehe ich sie nein ich sehe aber euch nicht ich bin links von 1 die 2 1 1 2 1 2 1 ich habe noch drei bade da bin ich die abschließen die nächste 43 43 43 hallo ja hallo durch die dann wird ich wollte wissen 40 da wird sich zwar wird jetzt nicht sagen wir sich dann 40 aber nicht kommentar wiedergum mir die herarie an spielst du mir wieder fast die schule perfekt geht schon ein bisschen auf das war es schon ein bisschen kämpfen im prinzip wie zu neuer wenn man immer an hier schon ein bisschen mehr gewachsen nur wie viel müssen haben wir noch 1 2 3 4 4 9 zu sind da bin ich dran ja heute ein glück und schocken die waren schilder sind die waren schilder von der sie maschine ist nicht mehr rot weiß sondern einfach nur noch war die sie maschine wo weiß so rot sein sollte rot und grau ist auch einfach nur noch weiß es ist eine Waffe wurde ist ist der Kortag von der sie maschine wenn sonst alles weiß kurz umlappiert jetzt ist es braut jetzt wird wieder weiß wir sind hier drückt am liebten mir oder war doch immer umgeben er bis auf der seite ich will auch ich will auch ich komme gleich zu euch und dass die letzte bahn ist wird gezogen und wir haben wieder 26.000 da zum Beispiel das war mehr als ich bin durch wunderbar ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin so jetzt muss ich jetzt schon in der Woche bis hier ab oder hat er sich wird gut wie sauber wenn man kurz mit 540 auf der straßen Stöhnen den Kalkmitgliedig eingestellt sie wie perfekt oder flog ein Auerforschläge vor Ort und kommt Kalkmitglied an Hof gestellt ja ich weiß an Landmark es geht auch nicht woanders die sind nicht platziert ohne Trick was für jemanden will er dir ja nicht die Wieskarte ich sag's dir er hat sich hat er arbeitet gekauft ich habe mir den Ruf hart erarbeitet unser Kalkprofi der Kolkermeister ja so ein Symbol hoch und hier scheint auch gleich wieder können wir hier auch fertig sind reicht mit unserem Hänger vorbeikommen CW ja die waren sollten unseren Hänger noch zu besetzen dann hänge ich ganz kurz mein Gewichtchen ab die Frage ist ne da fahr man am besten mit zwei Hängern ab die Frage ist kommt der Wadetron auch für unseren Anhänger drauf können wir kritisch werden also der 3-8 den wo ich abbekommen hab warte ich kann euch mal sagen ja ja ich war schon bei den weiß ich auswendig kommt der da hoch denn der da hochkommt kommt der leichter ja aber wir müssen ganz außen fahren ja das geht schon Apropos du musst müssen den Fußgängerweg lang fahren wir haben abgeschlossen die haben abgeschlossen wie komme ich nicht zu euch runter am schlauschen 42 ist wait what wait Lohndienstleistungsumsatz was also das ist ja man kann mir mal erklären was das war hm kann mir aber erklären was das sein soll es kann sein dass es mir war nun mal kam rechts oben oder was ja ich hab's jetzt nicht gesehen welche Menü drin war was stand da Lohndienstleistungsumsatz ja ich hab keine Mission abgeschlossen ach so wenn HV 3 4 4 3 4 5 5 3 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 um und schweißen hallo 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 bleibt steigst du aus du bleibst im ruder ich fahre wenn wir nun wieder den streiten wischung am Ende der Gast und am besten in der Nähe und am liebsten zum abtanken ja auch nicht aber steht die Wandel macht den Mann sein wenn sie so verfolgt du morgen Prozent ich habe gesagt das heißt macht die Auge für Zuschauer ja ja und macht ihn kaum wie voranischen gefahren und den zweiten nein gar nicht wahr Mann Lügen darf man nichts sagen man darf es nicht tun aber dafür machen wir wo es jetzt endlich bin voll äh dann wir fahren gemeinsam fahr wieder zur nebenan ein Schalding und kommen dann mit dem Johnny ich hab kein Gas ne der Fan schafft es einfach nicht mehr als 20 km h hier entlang jetzt geht es mir ab ja moin ich glaube ich häng da mal um ne also ja dann häng halt rum dann fahr ich mit mit unserem Hänger ich werde umhängen dann nimmst du den Johnny aber ja dann hängt uns um aber man dann danach kann man ja an und und wenn ich oben bin dann hat sich in der Stunde weil die sind immer noch und das passt gibt schon Gas das ist Johnny ja ja dann bist du ja leider ja du kannst ja wie gesagt bitte über den Weg fahren denn ich arbeite mir grad ein bisschen Platz ja bleib mal hier gut stehen ja dann fahr ich in deine Richtung bleib mal gut stehen bleib mal gut stehen bleibs hin ja ja das bestehen vor allem noch ich war noch ein bisschen darüber ich fahr dann in deine Richtung zum abladen nicht ich habe doch stehen ich fahr doch noch nicht darüber mit Behälter die Städte mit Junge ist auch das ich meine ich die ich meine das so und auch die das ging auf die das ganz mit dem Bruder rauf fahren von das Thema Fußgängerweg das wirklich zum Thema Fußgängerweg der Fußgängerweg ist wahrscheinlich eher nicht so ein Weg zum Strand wird nicht mal eingeschätzt das ist ein Strand ja es gibt Strand also mit allen Dingen wenn du so lange rüber fahren kannst du ich glaub das wird eigentlich kannst du aufheben noch wenn nicht dann muss ich ähm konfigurier ich da geht doch die Stelle geht doch easy der ist noch ein bisschen aus also oben seit Maus drücke und seitlich raus drücken du bist leer kurz ein Komplettant dafür ja wir können ruhig also den kleinen Fleck kann man jetzt noch schaffe ich wahrscheinlich alleine und bei dem großen da könnte man ja die ganze Zeit gleichzeitig abtanken während ich dann wieder hinfahre und da sind wir schneller voll also ich werde dann nicht so schnell das ist nicht am Roter nicht so schnell voll und wir werden können dann nochmal der Fahrstuhl hm? was? drückwärts auf 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 ich fahr doch in den anderen drückwärts auf 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 das heißt wir müssen jetzt knappe fast der Ende an der Karte bewegen so Volker sieh mal mal ab das heißt jetzt muss ich so zwölf und drei ein und wir haben 1000 plus bei der 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 hohoho ja du aber flog er mich nicht die Wiesnungen am Ende der andere Niederkaule da haben wir sie jetzt gleich hinfahren wenn die Anhänger voll sind können wir weiter wieder ans Ende der Map fahren ja die sind ja die Normale kann jetzt kein Gefühl fahren also ich gehe da relativ schnell ich glaube du bist ein bisschen ladegehrig oder? ja so fahren wir kurz he ich bin Elian du kannst mal drehen fahren ich brauche eben bis hin bis hin bis hin bis hin ich sehe ich tue jetzt mal so als wenn ich dich nicht sehe ich gehe wahr ja mach den Fernsperrbuben wenn man Joddy noch durchschlagen über mit Joddy ja ja ohne kurz gerade Glück ich versuche hier egal ich habe ich habe kurz ich muss irgendein Telefon noch ausschalten sag mal es sind ja wirklich zu viele Telefonen fuh ne ich schalte das jetzt aus doch nicht so ich verlipple mich jetzt aus ist du voll? nein ich habe erst 16% duần du w du Untertitelung des ZDF, 2020 Philipp? Philipp? Ich mach da jetzt dann kurz vorne vor Gewände, und da wo ich gerade nur beim runterrubbeln bin, und da mach ich jetzt mal kurz vor, dass wir dann am besten gemeinsam ... Lodow beschädigt er. Ich hab' schon abgeschlossen. Okay, du musst auf der 3. Das ist genau wie lieber. Das will dir nichts zu tun. das meint auch den seleksten müssen so magst du dann dreschen fahren ja für wie viel 14.000 aber abzug ist also für 9.000 8.000 8500 die kreis ist doch ganz bezahlt die kreischen sind noch ein spezialgericht so war ich aber kein direktes fressen ja ich bin nur noch mit ihm beschäftigt 13 ist doch nicht allzu groß wir müssen unser unser Feldherberhof dann auch noch machen ich bin auch noch mit Broden eine ganze Weile beschäftigt wir sind dort so ein Flimsi, die ist langweilig, kannst du schon schauen? 14 das dauert noch eine Weile ich soll diesen Feld aber ich glaube ich ruhe da noch nicht ich war es glaube ich mich gefällt wir haben Breitfaktoren, du musst einmal Tap drücken, dann bist du drin ja ne, ihr müsst vielleicht sogar zweimal Tap drücken ja, weil der Klau ist auch noch da der Fan und der Fan stimmt der gemietete Fan von der Lohn ja, der gestellte habe ich ein Problem du hängst an nem Baum ne, bin aufguckt das sehe ich sogar ich bin aufguckt Alter oh ja dann sind wir auch nicht mehr so optimal ne so flipps jetzt Mamas Protophage jetzt die ganze Zeit neben mir und sobald ich voll bin sag und halte ich am besten ein bisschen Abstand von mir und dann sobald ich voll bin, ziehe ich rüber und dann können wir schnell abladen weil da haben wir sehr wenig Platz in die andere Richtung können wir es dann anders machen dann fahren wir die ganze Zeit abladen jo ich hab schon Plan die muss machen ich hab schon Plan die muss machen Philipp sie ist oben 90% du weißt ja auch nicht kurz stehen bleiben sollst ja und ich weiß auch wann ich stehen bleiben soll du gespoll der Ziege hat schon rüber dann kommt die Welt dann kommt die Welt ah zumal ist es dumm abgeschlossen auf den kompletten Missionen ich schlöse ab ok Flo dann könnt du gleich zu puffern wir haben 40.000 Jungs oh das hat sich doch mehr abgeben was die also warte mal wir haben 4% Euro Plus gemacht und jetzt haben wir wirklich nur eine Mission ja A A Flo hm hm und zwei Leute arbeiten an einer Mission an einer Mission ja ich würde mal sagen ich könnte mich dann um die Felder und auch da schwimmen wir da ein bisschen vor das kann man machen ich hab mich ja kommen falsch aber ich hab schon 50% im Hänger drin jo ja öööööööööööö bööööööööööööööööööö соврем So. Können wir die runterschalten? Ne, schafft er. Können Sie kommen? Und jetzt beginnt die... Beginnt die Reihe da wo wir die ganze Zeit abladen können. Aber ich fahre halt einfach bestimmt wobei 80% bist. Ich hätte gesagt, wir fahren jetzt die komplette Reihe. Gemeinsam. Nee. Wir sind nicht beim Hexen. Nicht gar nicht. Ich sollte auch mal in den Vorwärtsgang schalten. Warte mal, wie sieht eigentlich unsere andere? Nummer 1, ah, warte schon. Nummer 1 aus. Ich hab... Äh, flipps hier wie 4% Hasch im Anhänger. Ja. 54%. Na, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Mit den Roden. Ja. Da. Ja. 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 Aber man muss schon sagen, mit Düngemission kann man schon gut Geld verdienen. Ja. 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 Siehe, Rechts oben. Hm. ja wenn wir das Vögel kommen mit dem Automaten beziehungsweise ich war zähne mit den Fülltonnen hätten wir jetzt noch mehr mit der was? mit dem ähm die heißen wir nochmal bessere Verträge was ist überhaupt der Mod bessere Verträge was hast du dir eigene Verträge machen? von dem was man machen will oder? ach fahr der ist hebig ach ne das ist für warte ich fahr da rein das war immer Vorgewende gezogen wunderbar fahr ab weg ist auch ab mit Philipp in den Wald das ist du musst dich schalten? nein wenn ich schalten muss gehe ich hin Meiserger wenn kein Meiserger vorhanden ist mach ich jetzt einen Sperrbuch das Klöberbio warte mal was auf die noch? oh 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 was die noch nie oh 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Oh Hahahaha Gut Wann geht das immer wieder? Oh ne? Äh doch Das passt Und hier vorne muss ich lieber Ja next C G G G G G den Mund zu tun haben das sind aber dann in der morgigen Folge die Leute damit kommt natürlich die Amoderation ein Däumchen mehr in Träume kostet auch noch keine Cent und den roten Knopf bei beiden Kanälen drauf erfasst hat nicht getan Glockaktivität bitte nicht mehr verpassen das war von mir dann sind wir uns schon mal zu einer weiteren Folge hier auf der Baltic und dann macht es gut haut rein und tschau 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017